Ich fahrs weg. Na? Gib ihm ein. Ja, wend. Geh ich hier weg, ne? Feindlicher Sanitäter gesichtet! Boah! Haben sie mich gesehen? Ich die Nase da rausgestreckt hab. Haben wir jetzt einen Zahn oder da? Ne? Leider nicht. Aber wie ist es hier hinten? Ich glaub, so viele Fahrzeuge werden nicht mehr kommen. Ich glaub, es reicht. Wenn ich hier... Als normalo... Rechte Einheit. Bumm. So, weg hier. Weg bewegen. Na, ist hier Action? Gibt's nun gar nicht. Tatsächlich hört's schon Action an. Oh, Sanitäter! Aua, Mann! Unter der Treppe her. Ist schon schwierig. Bleibst du überall mit der Rübe hängen? Schwere feindliche Einheit gesichtet! Er holt ab. Wird hier bleiben. Ah. Der kann auch nicht mal zielen. Die eigenen Leute erschießen einen. Oh, danke. Guck mal, der knallt volle Pulli in die Ecke. Kann das denn wahr sein? Scheiß. Was hier unten drunter ist zum Greifen. Nicht der Arschkex. Wo ist er um der Ecke? Komm mit. Wo hat der denn denn abgekriegt? Von wem? Wir haben die Einrichtung erobert. So. Ein Wunder. Das Ding nur auf dem Dach wäre, wenn er schlecht findet weg wäre. Ja. Die Spawn leuchtet. Aber ich glaube bis ich oben bin, wird die mit Sicherheit Geschichte sein. Aber trotzdem. Gucken gehen tue ich ja. Nee, hab ich nicht. Kinder da. Okay. Ding ist weg. Ist weggebombt. Oh, warte, nehm ich mit. Nein! War doch völlig klar. Scheiße. Nimm der mich mit. Da steht schon einer. Ich warte da. Du nimmst dich mit, du nimmst dich mit, ne? Du nimmst dich mit, du nimmst dich mit, du nimmst dich mit, du nimmst dich mit. Danke. Jawoll. Weiter geht's. Hat er jetzt ein Platoon zugesetzt? Platoon Tool. Platoon Ziel. Da. Feind in Sicht. Feuer. Jo. Da hat wohl einer mal die Führung genommen. Der auch Platoon Ziele setzen kann. Das ist ja schon mal sehr erfreulich. Man sieht, ist ja nicht selbstverständlich. Ist ja schwierig. Aber es geht. Minimap Guys. Wir sind da. Hab ich schon verpasst? Ja, da kann ich schon jetzt hinballern. Da sitzt einer auf dem Hügel irgendwo. Okay. Langt. Aussteigen. Absitzen. Auf. Zack. Stimmt unten. Noch nicht. Oh, Feinspanse. Da war einer draußen gerade, oder? Wie ist denn das? Wo ist der? Wo ist der? Feindliche Ingenieur? Jawoll. Da liegt er. Eine Kiste. Wunderbar. Da. Ja, da werde ich nicht wackeln groß. Nicht überfahren. Nicht überfahren. Flieger. Dicker Schweineflieger. Den mag ich überhaupt nicht. Da rumrennen halte ich hier nicht so clever. Rennen. 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 Lol. Was war das denn für einer? Feindliche Sani. Na? Da ist er. Hüpft oben durch. Hüpft oben durch. Wo sind sie denn? Der liegt schon da. Bistöltchen, ne? Von hier Distanz. Ja, ich würde nicht unbedingt da direkt am Schild rumtonen. Könnte schmerzhaft werden. Oh mein Ex-Balpen ist aber ganz schön gesund. Nur nur auf 9%. Da hinten ist einer. Hinter dir ist irgendwo wer. Anscheinend. Tag. Wann das Ding noch? Da kommt was. Panzer. Erweiter schwere Panzereinheiten in diesem Gebiet. Bam. Treffer versenkt. Zack. Reforieren. Sehr gut. Hat hier mal was geklappt. Gefällt mir schon viel besser. Ah, ich komm. Ich repriere deine Mühle. So. Der auch. Voll. Chefmechaniker repriert alles. Wo wird der denn hin? Bumm. Bumm. Mir ist egal wo rein. Was ist los? Sehr schön. Die Einrichtung. So gefällt mir das schon viel besser. Da ist noch einer gelandet. Da ist er. So ein Flieger. Ups. Gute Wendeaktion. Na. Falsche Richtung. Wohin fährst du denn? Nächste Ziel. Fährst du denn auch? Ja. Immer den Berg nach oben. Wohin fährst du denn? Der Sandor sollte mal warten. Ja. Immer den Berg nach oben. Zwei Plätze. Zwei Plätze besetzt. Wohl. Warum fährt der denn dagegen? Da kommt was. Ein Platz. Näh. Näh. Lässt sie mich durch? Okay. Ich renne. Ich eile. Ding repariert? Noch nicht. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Ich gebe Seite. Warte mal. Näh. Näh. Ich bin das übliche. Also in eine andere Richtung könnte ich aufstellen. Aber so kann ich nicht aufstellen. Das hat schon wieder für ein Idiotee. Näh. Hör. Wer steht denn noch? Direkt in die Fräse. Na. Spam Hau rein Weg damit mit dem scheiß Ding Den Typ Kriot die ganze Zeit angezeigt Da Hat den leider abgedreht Schwere gegnerische Einheit gesichtet Schwere feindliche Einheit gesichtet Ich seh den net Kommen wir zwar angezeigt wenn ich Q drücke aber Achtung in der Nähe befindet sich eine schwere Gegner Also Nein nein Gehen wir ein Stück weiter nach vorne Was ist das? Woher hat der denn den gekriegt? Komm her oh 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 Okay Aber lohnt nicht so gut die Idee Danke Danke sehr Gehen wir ein bisschen hier rüber Da wo mich jeder sehen kann Ich hoffe da lang Nein da Nein da Nein da Nein hier Nein hier Ah Da hab ich schon los Sonst werde ich sie hier sehen Ja Noch ein Jawohl guck schön weg So bleiben Jawohl weg ist die Sau So Oben sind viele schön in die Ecke rein Nein das ist nicht nett Ist schon mal hier Match So Achtung in der Nähe befindet sich eine schwere gegnerische Einheit Achtung in der Nähe befindet sich eine schwere gegnerische Einheit Achtung in der Nähe befindet sich eine schwere gegnerische Einheit Ja Hab sie mich endlich erwischt even ein Ding Ich muss sagen mittlerweile stehe ich gerne ein Ding weil wenn man da rein rennt da stehen da immer 2-3 Me aesthetics rum Das bringt nicht allzu viel Und dann ist das so auf Distanz viel besser Viel besser Okay, jetzt werde ich mal Zum Fußangriff schreiten Die stehen so oben alle verteilt Die machen genau dasselbe